Auf einmal gesellte sich eine kleine grüne Libelle zu mir. Sie setzte sich neben mich auf ein Grashalm und schaute den Goldfischen beim Fressen zu. Ich konnte sie sehr genau betrachten. So nah war sie mir. Sie hatte einen kleinen Kopf mit großen, runden Augen. Es sah fast so aus, als hätte sie eine große Brille auf. Ihr Körper war kurz, dafür hatte sie einen langen, dünnen Schwanz. Auch ihre Flügel waren sehr lang und glitzernden wunderschön. Plötzlich hörte ich eine leise Stimme. Einen wunderschönen guten Tag, sagte diese. Ich sah mich um, konnte aber niemanden sehen. Also schaute ich zu den Fischen. Dabei weiß doch jeder, dass Fische keinen Laut von sich geben, weil sie stumm sind. Die tun nur so, als ob, indem sie den Mund immer nur auf- und zumachen. Also wandte ich mich zur Libelle, die mich mit großen Augen ansah. Hast du gerade mit mir gesprochen, fragte ich. Ja klar, mit wem denn sonst, antwortete sie. Aber Libellen können doch nicht sprechen, protestierte ich. Klar können sie das, aber nur wenige Menschen können uns verstehen. Entschuldigung, ordentlich stolz undился.